Robin beim Unkraut-Jäten. Der ist hier bei der Stadtverwaltung eingestellt, der macht hier die Mauern immer mal gelegentlich ein bisschen sauber. Das ist für Touristen da. Damit die Touristen das dann schön finden. Hier ist noch ein Bäumchen, guckt hier raus, Robin. Ja, ich sehe das. Die Falle gleich im Sterbe. Ja, das bringt aber den Touristen nichts. So, Auto-Belichtung, ausgetrickst. Wir könnten es natürlich auch mit Lolox probieren. Oder Heilux.